Hier ist der Dicke und wir fangen direkt an mit diesen Scheißschreifen. Kannst du mal die Kategorie ändern, falls es noch nicht passiert? Auf entweder Mario Kart oder Pools und Streams, keine Ahnung, wahrscheinlich eher Mario Kart. Ich kann mir doch nicht jetzt direkt 3 Stück reinballern. Ich muss ja erstmal die Bedienungserleitung durchlesen. Anwärmen, ein Doppelstreifen zwischen den Hand vielleicht in 30 Sekunden erwärmen. Auseinanderziehen, Doppelstreifen an der kurzen Seite auseinanderziehen, sollten sich Doppelstreifen auf die zu haarentarenden Körperpartien kleben und wiederholt glattstreichen. Streifen sofort mit einem Ruck entgegen der Haarwuchsrichtung an der Haut entlang flach abziehen. Soll ich eigentlich keinen Ton? Habt ihr einen Ton? Ah. Ich mache den Ton mal wieder ein bisschen lauter. Ich hasse euch. Drei Sekunden. Vor allem wackelt mein Fett so schön, wenn ich das mache. So viel Lara hat er aber gar nicht. Ich habe ja aber die ganzen Beine noch. Oh mein Gott. Danke für die Sub. Danke für die Sub. Was ist denn da noch reingekommen? Danke für die 200 Bits. Lara. Hole danke für den Sub. Schüttel den Schweig. Hör auf. Ich nehme gleich den Reifen. Dann sieht man das nicht mehr so. Ich wollte auch eigentlich abnähen für den Stream. Habe ich nicht gemacht. Wenn alle Haare weg sind, wir haben nur 40 Streifen. Wo mache ich den jetzt als erstes? Unterarm? Erstmal eine leichte Stelle. Boah es geht übel auch. Du Scheiße. Arm ja. Oh mein Gott. Das wird richtig wehtun. Beine Innenseite übertreibt doch nicht. Mach schön feste. Nein. Zehn Streifen. Fuuuck tut das weh. Einer muss zählen. Das war der erste. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Sag mir noch mal einer. Ich habe nicht viele Haare. Hype Train Level 6. Das tut so weh. Zehn Stück. Das mache ich nie wieder. Das mache ich nie wieder. Schöne. Ich sicher nicht hier. In den nächsten Mal. Ja. Nein. Inseite bei, den mache ich vielleicht ganz zum Schluss, aber nicht jetzt. Hast du überhaupt genug Streifen? Ich habe 40 Streifen. Es tut so brennen. Und mein Arm klebt auch irgendwie so ein bisschen. Ich mache meinen Inseite jetzt nicht, mache ich später gleich. Als nächstes machen wir Schienenwein. Baby-Bruder? Ey, wir wollten fahren, nicht mich einfach nur leiden lassen. Wo mache ich den jetzt hin? Wir machen jetzt Schienenwein. Aber dafür können wir die Adel machen, oder? So ist gut, oder? Weil ich habe einen Puls. Ich habe einen Puls, das glaubt ihr nicht. Okay. Okay. Okay, okay. 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 Gonna go. Okay. Das ist so eine Überwindung. Hört auf! Ihr könnt es auch richtig hören hier mit dem Mikro. Das sollte Mario-Karts streamen, aber nicht ein Entharung streamen. 4 reicht erstmal, oder? Sollen wir 1-2 Runden fahren? Ich mach da nochmal 1 zwischendurch oder so. Ich kann doch die erste Runde direkt mit Horrorbrille machen. Was wurde alles eingelöst? Ich muss die Namen noch aufschreiben. Steven, du hast das aufgeschrieben. Steven, ich brauch die Namen jetzt. Kannst du bei Dings auf Tutorial? Was war das? Jasmin. Oh, hier hab ich ja noch Haare. Darf ich hier drauf schreiben? Darf ich hier drauf schreiben? Wo ich enthart hab? Level 7 Hypetrain. Schrei drauf? Ja klar, schrei drauf. Okay. Mit Links, ne? Boah, mit Links ist schwierig. Wie rum schreibe ich denn eigentlich? Boah, das sieht gar nicht so schlecht aus. Kann man lesen, oder? Ist für euch Spiegel verkehrt. Wer noch? Jasmin Baby. Wer hat die 20 gemacht? War das Sebe oder so? Wer hat die 20 gemacht? Der kommt groß auf die Brust oder so. Sebe. Boah, das ist schwierig. Ey, wie machen die das? Die Hot Top Streamer denn? Nein, das ist voll falsch. Warte, das kriegen wir hin. Das Problem löse ich. Obwohl, ne, wir lassen das so. Scheiße. Perfekt so. Scheiße. Wer noch? Wolfpack. Wolfpack mach ich nur Wolf. Wolf. Wer noch? Ihr schreit zu viel. Steven noch safe, oder? Oh leitz. So, der Bullet ist aber auch groß. So, Steven safe auch, ne? Lara. Ey, ich wollte nur 3 Stunden machen. Wolltest du denn immer auf mir stehen, glaube ich dir. So, habe ich alle? Habe ich jemand vergessen? Steven Sebe. Wolf. Das war's, oder? Und jemand muss mir aufschreiben. 4 Stück habe ich schon. Und es sind jetzt noch? Es sind zu viele. Ich mach nochmal 2. Ich komme sonst nicht hinterher. Mal hier. Prost irgendwie. Die wollte ich eh wegmachen. Hast du Bullet? Ja, der steht hier. Kleiner schreiben? Ich habe doch noch voll viel Platz. Disco quatschen? Nee. Übern Nippel? Nee, übern Nippel darf man nicht, oder? Übern Nippel darf man doch nicht. Man darf doch nicht übern Nippel, oder? Sollen eher weniger. So. Irgendjemand zählt mit den Streifen, ne? Steven, du hast das alles im Blick. Jetzt kommt Nummer 5. Oh, das wird bestimmt wehtun. Oh, das wird bestimmt wehtun. Das ist nicht auf dem Nippel. Hier ist der Nippel. Das ist nicht auf dem Nippel. Hier ist der Nippel. Oh, der hat am meisten wehgetan. Oh. 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 Oh mein Gott, waren da viele Haare. Oh. Oh. Oh, das ist nicht zu lange warten, ist das ein Tipp? Wir machen nochmal bei hin. Nicht nachdenken direkt abreißen, ich muss mir Mut antrinken erstmal innerlich. Sechs! Sechs! Das ist erstmal die Hälfte oder so. Wir fahren jetzt erstmal. Wir fahren vier Rennen, danach gehts weiter. So langsam oder böse wird es noch schmerzhafter. Immer schnell ziehen, das ist so einfach. Ah, die scheiß Brille. Perfekt. Let's go! Und eine Hand! Steven, du hast alles im Blick, was Eilösen und so angeht. Und du hast alles im Blick. Nächstens zwei Rennen mit einer Hand. Viertel ändern. Ja, Steven macht das alles. Alles an Steven und Bedi und Skopelums. Die machen aus. Das kann ich auch noch machen. Ich muss jetzt hier fahren. Eine Hand. Die rote Brust jetzt ist. Oh ja. Mario Kart 7, perfekt. Ich kann Items einsetzen. Oh mein Gott, ist das schwierig. Rimm an alle, die ich überhole. Wer hinter mir ist diese Runde. Ich kann nicht driften oder so. Ah, ich kann auch nicht rückwärts fahren. Das kommt auch noch dazu. Ah, ich sehe das Koppel. Kröte! Linn ist auch da. Schön. Oh nö. Ah, die ist auch da. Schön. Alter. Und ich muss noch eine Runde, nur eine Hand. Ey, ich bin voll weit hinten, Mann. Und ich krieg nur Scheiß-Items. Aber ich bin direkt bei Skopel. Wie kann das sein, Skopel? Ich war mit einer Hand mit einer Taucherbrille auf und bin bei dir. Wieso bist du so scheiße? Wieso ist Skopel so scheiße? Essen. Schnapp, schnapp, schnapp. Schnapp sie dir. Wie witzig wäre das, wenn ich Erster werde. Dann lage ich euch alle aus. Schau, letzte Runde. Oh nein, der Scheiß-Bomberahn. So, schnapp, schnapp. Schnapp dir, Steven. Schnapp sie dir alle. Schnapp dir einen Lin. Oh, die Bombe. Die Bombe. Ausgewicen. Zieh, Peach. Fünfter, zieh. Zieh. Nein. Ich wäre Fünfter geworden. Der Scheiß-Blaue. Oh ne Kacke, ey. Ich habe euch fast überholt. Ich habe euch fast überholt. Steven hinter mir. Steven, Statement. Nochmal nur mit einer Hand. Das kann gar nicht sein. Ich habe da Timer drauf. Nochmal Trauer-Brillet. Oh, die Bombe. Ja. Achso, die Bombe. Schnell. Yoshi Island, immerhin. Und mit einer Hand, ja? Und mit einer Hand? Mit einer Hand, ja? Das ist meine Strecke, mach ich fertig. Münze gesammelt. Mach groß. Kein Problem für mich, ich kann alles gleichzeitig. Cool aufgepasst worden, so Jojo schieße ich ab. Freier Fall für Jojo. Meine Brust tut so weh. Du verstehst nicht weh meine Brust tut. Oh Steven, Hallöchen. Den kriegst du zurück. Nein! Nein! Hey, wo bin ich? Stern. Ich hab Gummi. Fahr! Nein! Nein! Ich darf nur mit einer Hand, das ist echt scheiße. Die Strecke mit einer Hand ist echt schwierig. Ich brauche jetzt was Unfaires. Ja, was Unfaires. Was ist das für ein Scheiß? Ich brauche mal eine Rakete oder so. Wenigst blauer. Irgendjemand abfacken. Ich brauche auf jeden Fall einen Doppel. Dein Magen gibt mir doch mal eine Rakete oder einen Blitz oder sowas, sag ich jetzt scheiße. Jetzt komme ich wieder nicht um die Kurve. Und nö, nicht Zwölfter! Ohne Driften ist die voll schwer, die Strecke. Die kann ich bei dem Rennen mitmachen. Ausrufe zeigt da genau, Freundescode. Ken-Trick, moin, moin! Willst du auf meinen Körper mit deinem Namen? Scheiße, aber jetzt darf ich ja normal, oder? Ich darf hier ja nochmal, oder? Nein! Hör auf mit der Taucherbrille, Mann! Zehn Minuten, das ist viel zu wenig. Aber ich darf beide Hände benutzen. Doppeltaucherbrille. Wieso geht das? Ich habe da einen Timer drauf. Nimm mal deinen Schwimmring. Oh Mann! Man sieht echt einen Scheiß mit der Taucherbrille. Sag es euch. Und ich muss durch den Mund atmen. Das ist auch nervig. So wird sich niemand das Fragezeichen. Ihr seid alles Loser, Mann! Oh! Ich habe da einen Timer drauf. Kein Timer drauf. Scheiße. Ich will aber nicht den ganzen Tag mit den Scheiß Towerbrille rumlaufen. Mach mal, ich mach da gleich einen Timer drauf. Da muss ein Zehn Minuten Timer drauf. Ja, scheiße. Da ist er vorne. Haha. Ja, scheiße. Da ist er vorne. Ja,imosier. Nein! Du Scheißbots. So blitz, 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 blitz lui wirst du. komm was unfair ist das ist nicht unfair das ist scheiße hol dir schneller das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt wir müssen jetzt erstmal den timer auf die taucherbrille machen ich kann nicht die ganze mit taucherbrille rumlaufen und eine hand geben auch am sack was weiß so sehr taucherbrille bearbeiten warteschlange zehn minuten speichern so eine hand hat auch hat das kann ich einfach den ganzen tag anlassen und jetzt ist alle haben wir okay Let's rennen. Danach kommen die Schmerzen zurück. Ich freue mich. Groß. Der Turm passt auf. Und ich vergesse das. Und dann auch so eine Scheißstrecke. Wie soll ich die mit einer Hand fahren? Abkürzung. Meine Brust tut so weh. Blub, blub. Wieso kriege ich Bananen? Ich brauche hier so ein Handicap. Nein! Ja, sowas brauche ich. So, das ist gut. Ach, was man jetzt übrigens kann? Man kann jetzt während der Bullet-Bild zurückgucken. Das ging früher nicht. Hab ich auch bei TikTok gesehen. Ah, Skoppel überholt. Kurz. Schau, wie das Skoppel überholt. Ich brauche was Unfaires, Mann. Schau wieder vor Skoppel. Wieso Skoppel so scheiße? Steven wegschniden. Nein! Ja! Dann nimm. Schmeckt das Steven! Sieh Piranha Pflanze. Sieh. Schmeckt dir win. Ja, lecker. Und Jasmin. Sieh Piranha Pflanze für dich. Komm. Nein! Komm. Zieh. Zieh. Zieh! Zieh! Zip da mit einer Hand ohne Driften. Vorjahrs Video! Vor Steven! Nimm das, Steven! So! Wie bin ich eigentlich geworden insgesamt? Achter! Achter! Einfach letzter! Neee! Zwei Subs noch, dann wird ein Spiel übrigens verlost. Was war das erste Spiel? Was habe ich gesagt? Spiele werden heute verlost. Habt ihr das schon mitbekommen? Die Spiele werden heute verlost. Zwei oder fünf? Ich sehe das jetzt gerade nicht. Jetzt noch fünf? Noch fünf, dann wird ein Spiel verlost. Da steht nirgendwo, aber ich habe die Liste offen. Tu an, du kriegst einen Coupon. Du hast einen Coupon. Steven, nochmal danke für... Hast du lange nicht gespielt, Jasmin? Kann man mitspielen? Ja, Kevin, komm rein! Steven, du darfst ja aussuchen, wohin! Steven, sag wohin! Steven, sag wohin! Wohin, Steven? Innenseite Bein! Als hätte ich es gewusst. Das wird so weh tun! Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mehr weh tut als an der Brust. in der Brust. In der Brust ist acht, wie es ist! In der Brust muss erneut sein, aber nicht in der Brust. In der Brust ist 8%ig. Er hat nicht alles genommen. Ich bin verwirrt mit den ganzen Kameras, ist übel viel, aber er hat nicht alles geschafft. Man stellen am Körper, die kommen so, kommen auch, tun ordentlich weh. Ich trau mich nicht, Mann. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Oha, hier ist gut abgegangen. Guck mal, hier ist gut abgegangen. So, Mods, was war das erste Game, was verlost wird? Wir verlosen jetzt ein Game. Wie viel habe ich eigentlich schon jetzt? Acht? Ich trau mich nicht. Was war das erste Game? Äh... Zelda Ocarina of Time. Mich würde freuen... Also erstmal dürfen wir nur Subs mitmachen. Und dann nur die mitmachen, die auch wirklich in 3DS haben oder die sich darüber wirklich freuen. Es gibt noch viele Spiele, wo ihr mitmachen könnt. Ähm... Das wäre mir echt wichtig. Wenn wir... Ähm... Wenn da die Leute mitmachen, die jetzt hier Bock auf Zelda Ocarina of Time haben. Knirno of Time. Knirno of Time. Neas... Ooph... Scheiß... Ichbook von zweitenaları... Wenn? Wenn hat? Okay. Subscribers only. Zalda, OOT, Save, Start, so jetzt Game, Game in den Chat, dann könnt ihr mal teilnehmen. Game in den Chat, boah ich klebe an meiner Hose, Game in den Chat oder Ausrufezeichen Game, Game nur glaube ich, nur Game ohne Ausrufezeichen, habe ich gesagt, habe ich Game gemacht? Habe ich was falsch gemacht? Game. So geht das, nehme ich mal an. Edit. Game. Game. Subscribers only. 5 Minuten. Sieh das nicht. Game. Commands, Game, ja, Game. Save, Start, nochmal, das muss gehen. Ach warte, weil Streamlabs vielleicht kein Mod mehr ist. Ah, weiß, Streamlabs gesperrt ist bestimmt. Unband. Um. 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 What the heck. I rien ist. Das ist das ein B straightforward. Maybe das nicht? Zum Quit. Um, nein. Es ist das nicht一minister Ohn, was er solltest du, okay, solltest du da cmentier. Mach mal jetzt Game. Jetzt müsste es gehen. Wieso geht die Scheiße nicht? Da, die Verlugung hat begonnen. Jetzt geht es. Jetzt ausrufezeichen Game. Da ist er doch. Ja, es geht. Hier. Hier ist der Profi. So, muss ich irgendwelche Namen aufschreiben? Sevi, habe ich Sevi schon? Sevi habe ich schon nicht. Sevi kommt noch am Körper. Hier. Sevi. Steven habe ich. Noch irgendjemand, den ich vergessen habe? Auf die Stirn. Da musst du mehr Subs raushauen. Selbst Steven ist nicht auf der Stirn. Dann habe ich alle. So, während das hier durchläuft. Ausrufezeichen Game, ne Leute? An die Subs. Mach ich hier noch einen Streifen drauf. Oh, guck mal, wer da ist. Der Rui ist da. Guck mal, wer da ist. Es lebt. Schon seit einer Stunde? Oh. Hallo, Rui. Oh, Brust hat brutal wehgetan. Ich verlauche, ich mache andere Seite Unterarm jetzt. Das ging eigentlich klar. So, wie viele Streifen ist das jetzt, Steven? Axel? Boah, ne, da traue ich mich nicht. Ich war innen seit Tat übel wehgetan. Ich traue mich nicht. Neunte? 27. Scheiße, ich habe gerade mal die Hälfte. Ich will mal Bauch ausprobieren eigentlich. Oh, das würde bestimmt wehtun. Das ist so eine Überwindung, jetzt noch zu ziehen, ne? Ey, ich bin doch übel durchtrainiert. Seht ihr das nicht? Das zieht so heftig. Also die Seite hat geklappt, die irgendwie nicht. Weiter unten haben wir auch. Weiter unten haben wir auch. Ne. Ne. Aber Arm tut mir so weh. Komm, komm, Lu. Zieh. Boah, der war perfekt. Der war perfekt. Zehn. Leih. Leih. Bunkley! Wart mal, damit ihr das lesen könnt! Wart mal, damit ihr das lesen könnt! Ah! Wie soll ich denn hier was hinschreiben, Skoppel? So, das Giveaway ist vorbei. Wie viele haben mitgemacht? Nur neun Leute haben mitgemacht? Für ein Spiel umsonst? Okay. So, damit ihr auch seht, dass das hier alles mit rechten Dingen zugeht. Äh... Ich liege hier nix, ne? Nö. So, ich bin davor. Perfekt. Ich seh auch gar nix. Da! Pickwinner! Wer ist das? Rui? Rui hat gewonnen! Da kommt ja noch mehr Leute! Da kommt noch mehr! Versprochen! Rui, das geht an dich! Ist das OVP? Natürlich ist das OVP! Hallo? Als ob ich hier Scheiße verlose! Natürlich! Das kommt frisch! Frisch! So, das geht an Steven! Das brauche ich mal weg! So, können wir jetzt hier zocken? Muss ich Taucherbrille anziehen? Das geht an Rui. Ja, ja, Rui! Das habe ich gesagt! Eine Hand für Säbe! Perfekt! Da habe ich gar kein Dings zu gemacht, ne? Taucherbrille! Perfekt! Eine Hand für Taucherbrille! Apart! Model! Was sagt ihr? Bald ein haarloses Model! So! Bei 100? Bei 100 gibt es das nächste Game, ne? Auch irgendein Zelda oder so! Fahre sogar mit! Ruhig! Guter Mann! Schala! Hey, Schala! 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 Danke, Schala! Du kriegst einen Ehrenplatz! Das kriege ich nicht! Ich krieg's nicht falsch rum! Das tut mir leid! Ich schreibe nicht! Ich schreibe so auf! So ist okay, oder? Strahli! Soll ich mir tätowieren! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich bin bereit! Ich fliege jetzt an dem Ring! Aua! Parastrali! Aaaaah! AHHHHH! Was? Doppel? Man, ich brauche etwas Unfaires hier hinten. Oh, die Kurven werden schwierig. Oh nein! Wer ist erster? Oh nein! Jasmin! Ich will die Rot nicht abbekommen. Schießt Koppel ab. Wieso schiegt Jasmin nicht? Blitz! 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 Sechster! Bin einfach geil in dem Game! Blitz! 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 Nimm ich nach der Runde an. Das schaffe ich jetzt nicht. Kann man mitmachen, Lengo natürlich, komm ran. Aber nur mit einer Hand, oder? Mit einer Hand? Mit zwei Händen? Okay. Oh, das war ich denn. Okay. Okay. Ey, ich sehe fast nichts. Ich krieg keine Luft. Okay. 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 noch geschafft. Ich darf ohne Brille, ohne alles, ne? Ich kann nicht in der Wohnung Wasser machen. Versicherung und so. Zu gefährlich, Xerox. Die Idee war Wasser, aber das kann ich leider nicht machen. Ich finde es übrigens sehr, sehr unsympathisch, dass Xerox mit Rosalina Teddybär spielt. Muss direkt wer die beste Meta nehmen, ne? Das ist so ein scheiß Schwitzer. Sei es so wie Skopple und ich. Gewinn einfach mit Off-Meta-Sachen. Ach was? Witz, wenn er ist. Friss Marcel, friss ihn! Friss Kevin, friss ihn! All weggefressen. Ich bin ein Schnapper. Moin Acrylos, wie geht's dir? Sexy Outfit, danke. Ach nö! Oh, blauer auf dem zweiten, auf dem dritten? Was war das denn? Kannst du noch abhaben, einen Pilz schaffe ich gar nichts. Megrüle? Megrüle.. Wow! Bye! Danke Leigh! Wie viele Streifen habe ich schon? Zehn oder? Zehn! Okay! Das heißt 30 Subs sind schon weg! Ich hau gleich nochmal 4 raus! Dann habe ich fast aufgeholt. Und dann müsst ihr erstmal nachlegen. So, eine Hand. 1 Uhr ist nicht gefixt, Duri. Nein! Keine Heizung! Aber ich finde es sehr geil, dass du den extra am Decker stellst, damit du dabei sein kannst, Duri. Sehr, sehr nice. Vielen, vielen Dank. Falsche Ansicht. Du sagst ja nichts, Tua. Ja, klar, der Geist geht auch nicht. Perfekt. Ja. Die kann auf dem 11. blaue Porn hinter mir kommen. Ja. Jasmin, ich seh dich. Ach. Brauch mal was Unfaires, Mann. Ich spüre den Blitz schon wieder. Was ist das denn? Ist nur auf mich, Steven. Ha! Nimm das! Das ist so gemein, die letzte Kurve, die killt mich. Mann! Mit Driften hätte ich euch alle Hops genommen. insgesamt dritter insgesamt dritter ich bin einfach geil pokal pokal bekommen um 8 uhr schon krass oh danke stragi versteht man mich eigentlich gut wie ist das mikro die qualität das ist ja was weiter weg halbgestimmt ist gut meine heute die beine machen wir heute haarfrei ich sage es ordentlich was habe ich denn hier für mutter male ii ii das bein wird heute haarfrei Auf der Brust, 3, 2, 1,5. 11, denn nächstes machen wir direkt daneben, ich werde schwimmern, ich werde schwimmern. Alter, wie glatt, glatter als von einer Frau. Ich mach nicht am Wippel, vergesst's. Ich mach nicht am Wippel. Axel? Axel tut bestimmt scheiße weh. Wir machen mal eine. Sei ein Mann. Viel Wissenschaft. Die erste Packung ist gleich leer. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ich muss jetzt so weiter reden. Von oben nach unten oder von unten nach oben, Jasmin? Von oben nach unten wahrscheinlich, oder? Und nach oben? So, die haben ja mal gefragt. Das war's. Das war's. Das war's. Scheiße. Das hat nur die Hälfte genommen. Von unten. Von unten ist schwieriger. Voll schwierig. Ja. Das war's. Das war's. Das hat wirklich. Das hat richtig weh getan. Oh. Das ist so. Alter, wie die Wurzel... Ihr glaubt nicht, wie ekelhaft das ist. Die richtig die Wurzeln nennen da raus. Das blutet auch. Ich hab doch hier so ein Aloe Vera Ding. Wo sind die? Das brauch ich jetzt. Das brauch ich jetzt. Das ist ganz trocken. Ist das normal, dass es so trocken ist? Ist das dein Ernst, Hebel? Ob das als ein Streifen zählt? Weißt du, was das für Schmerzen waren? Abgelaufen. Das ist übel trocken. Müssen die nicht nass sein oder so? Ein Streifen? Ne, das ist nicht ein Streifen. Das waren aber eine Milliarde... Uhhh, jetzt war die Hand zu eklig. Hier beim Hände waschen. Mal reinspucken. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. 3 2 3 4 und 3 was? 20 Stück, 6 habe ich noch, 14 habe ich schon, mal 3, 30, 42, noch 14, das heißt nur noch, das mache ich noch, noch mal 2, noch mal 2, dann sind wir nämlich schon, dann sind wir schon bei 16, 32, bei 48, dann habe ich nur noch 2 Streifen offen, alles klar, ja, es hat mir nicht Spaß, ich sehe doch die Streifen hier, verarschen könnt ihr mich nicht, Mann, ich bin noch fast dabei, dass ich es habe, vielen, vielen Dank Stradi, noch mal 3, Arme ist witzlos, ne, sie ist nicht mehr so gut, glaub uns, auf den Nippel, es wird kein, Mann, es gibt kein Streifen auf den Nippel, am Pimmel, Es kostet mittlerweile so Überwindung, es kostet mittlerweile so Überwindung, Mann, ist die Schirmflass, ich würde es tun, Meine Freundin ist gar nicht da, Mann. Aber Mann. 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 Das war's. Boah, ich trau mich nicht mehr. 16, 32, 48. Wir sind bei 59. 11 Stück schon offen. Wir machen jetzt einen Cup. 16, 32, 48. 16, 32, 48. 16, 32, 48. 16, 32, 48. 16, 32, 48. Und einer, na toll. Sehe auch die Stirn in einem About 20 Sub. Sebel ist hier ganz groß auf der Brust. Aber ins Gesicht mach ich nix. Also Gesicht... Ich weiß, das ist schon krass. 80 Euro. Das ist crazy. Ihr seid verrückt. Ihr seid völlig gestört. 80 Euro. Aber... Für stören... Da muss ich hier umfallen. Für stören... Das bleibt für immer im Internet. Ihr versteht das nicht. Ich glaub, ihr versteht das nicht. Er ist da! So, da gehör ich hin. Quasi. Oh oh. Ich hab eh noch 40 Streifen. Und die Gesichtsstreifen noch. Lkw-Ladung geliefert. Eine Lkw-Ladung geliefert. Ohhhh! Woah! Wooohooo! Hello! Hello! How am I hihihi? Phew! ? Woohoo! Warum? Musique弾eneful. donuts! Das war's. Und die wohl sind немного собqu Sach dak. Wie wie viele sind die große V Verse tr pesar leuk, 1 Hunt ist. nach dem Schuss. Das ist nur Risk, nur Fun. Nach dem Schuss muss ich. Hat mir leider gar nichts gebracht irgendwie. Einroten? Was soll die Scheiße denn? Das ist die Scheiße. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin so am schwitzen, ne? Angstschweiß. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Das war's für heute. 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 Oh nein! Oh nein! Das war's für heute. 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 Oh man, Jojo! Oh man, Jojo! Oh man, Jojo! Mein Bein ist so am rennen. Ist das normal? mal fast wieder ein random grüner was soll die scheiße nicht mich abballern nicht mich abballern komm mal kann ich mich ein bisschen setzen ich stehe die ganze Zeit der eine bei der Achsel zählt nicht oh doch du weißt nicht wie weh er getan hat der zählt als 5 ich wünsche ich könnte das wäre cool oder das kann ich aber nicht oh bleib da stehen übrigens noch 41 subs da wird das geld hier verlost zelda link between worlds abfahrt 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 Mit einer Hand auch? Ja. Was sehe ich denn nicht aus damit? Sieht aus wie der letzte Rambo, wirklich. Okay, ich habe lange noch kurz verraten. Das wäre ein Torverbrenner, aber irgendeine Kackidee. Ok, wir schauen uns das zu sehen. Das war geil. So, was das ist das? Das war doch? Das war doch. Das war doch. Das war doch. Das war doch mega. sicher auch sicher Oh Steve Nuzak Oh ne Oh Blauer Weg Mann, ich komme nach dem Stern, Mann Mann, ich brauche was Unfaires Oh, meine Achsel Der Raum hier stinkt ganz schön Angst, weil es neben diese ekligen Streifen riecht voll nach Tony Lukas, danke für den Follow So streame ich nicht immer, wirklich, versprochen So streame ich nicht immer Das ist eine ganz falsche Situation, wo du mich gerade erlebst, Lukas Glaube ich dir mal Das kann nicht sein, Mann Das kann nicht sein So streame ich nicht nur die Schmerzen Ich bin nur die Schmerzen Ich bin nur die Schmerzen Und ich bin nur die Schmerzen Das war's für heute. 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 Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Das war's für heute. 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 Wann sehen? Warte kurz, was die vollständige Frage ist, dann können wir nochmal machen. Einen Streifen muss ich aktuell nur machen, ich kann auch zwei machen, für die 60 schon mal, dann habe ich die schon mal. Wie soll ich das denn in der Nase machen? Achsel? Ich kann die Achsel nicht machen, das tut zu weh. Weiß ich nicht, aber das schaffe ich nicht. Ich traue mich doch schon am Bein nicht mehr abziehen. Danke Steven. Am Bauch tut voll weh. Ich habe ein paar Mal in der Nase machen. Ich habe ein paar Mal in der Nase machen. Ich habe das noch ein paar Mal in der Nase machen. Vielen Dank. Vielen Dank. Der hier. Mit links auch noch. Oh. 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 Eine Packung leer, 60 Subs gemacht, jetzt klebe ich da wieder. Jetzt nehmen wir die Abels auf. Das war's für heute. Das sind ja 774 Punkte! So, dann fahren wir mal eine Runde! Ach die Katze, holt euch eine Katze! So, dann füge ich die Katze! So, dann füge ich die Katze! So, dann füge ich die Katze! Auf der Kamera kommt das nicht so rüber, ich versuche später noch bei Instagram eine Story zu machen! Das ist echt glatt hier geworden! Da hoch würde ich echt gerne noch machen! Ich habe die Wette verloren! Lukas! Okay Freund! Wisst ihr was wir auch hätten spielen können? Diese Switch Sports mit Bowling und Golf und so einen Scheiß! Ja! 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 das hängen die mache ich gleich nach dem sound weg ja gerade war alles weg was waren da los krypton der kamera wo ich erst wieder einstellen oder naja kamera ist tot mache ich gleich ich habe mich ja eh nicht so viel bewegt ja 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 da bin ich wieder hallöchen scheiße macht niemals axeln wirklich rasiert lieber zweimal am tag aber nicht einmal diese scheiße machen das ist ja schrecklich axeln alter so wachs hier nicht mehr so schnell nach ist mir egal die schmerzen sind zu krass die schmerzen sind wirklich zu krass ja 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 die scheisse strecke wird hier ausfüllen Schmerz geht nach 1-2 Stunden weg, ich hoffe es hat. Schmerz geht nach 1-2 Stunden weg, ich hoffe es hat. Nur Pilze. Ich spiele auf dem falschen Dingstum, sie sagt aber auch nichts. Mann! 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 kein item, ich kotze man ich hab dich なん Ah. ich kann euch die ganze zeit so stehen es waren 48 an am stück geplant ja aber wann soll ich dann die wachs streifen machen ich habe gedacht die mache ich mir schnell drauf bahn bahn das geht aber geht nicht jetzt den geld schon geld schon macht mit einer hand das wäre es doch oder ich habe gerade gerüftet oh ja oh ja oh ja blitz blitzi blitz habe ich kein item bekommen was das für eine scheiße so oh ja 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 Das war's. Let's rennen von dem Cup. Let's go. Jetzt nur mal alles geben, Leute. Alles. Man! Let's go. Let's go. Komm, was Unfaires. Was Unfaires! Kevin, du Sack! Die Bombe war richtig gemein. Ah, ich werde ausgewichen. Ausgewichen bin ich. Hau rein, wie schön, dass du da warst. Ey, fast Zweiter war ich. Hauptsache vor Skoppel. Ich würde den Hot Tub dann auch mal so langsam beenden, Leute. Und noch ein bisschen so zocken mit euch. Wäre das okay? Weil ich kann nicht mehr stehen. Meine Beine, meine Füße tun weh. Ich bin doch ein Büro, Mensch. Ich kann nicht so lange stehen. Null Bock mehr auf Marokas. Dann sieht man aber nichts vom Spiel. Was ist hier für eine E-Sports? Das ist halt nicht so ernst. Du musst halt mehr Spaß haben. Das ist das Problem. Du hast keinen Spaß. Schicksal kann nur verteilt werden. Das kann nur Xerox sein. Der Xerox ist der einzige E-Sportler hier. Und ich. Was? 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 Was. Was? 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 Jaach. Da, da. Ah 3 Banane um siebten, ich kack ab Mann, Mann, Mann Schießt euch ab da vorne Einen Sabaton zu machen Da ich fest arbeite ist das schwierig für mich Das könnte ich höchst machen wenn ich einen Urlaub habe Oder an einem Wochenende Aber mit der Arbeit geht das nicht Okay Hast du ja gleich geschafft, Rui. Quark, Blue, TV, vielen Dank für den Follow, viel Spaß mit den Remotes, ich habe nicht mitgezählt, ich hoffe das waren 10. Die Strecke habe ich erst eine Million Mal gespielt, Skoppel, ich finde, die kann ich ruhig auch nochmal eine Million Mal spielen. Okay. Okay. Ja! Ein Pilz als Zehnter! Drei Sterne miteinander, jetzt kommt doch mal ein Blitz! Blitz! Ruhe! Ruhe! Ruhe auf der 1, er hat seine Tabletten genommen! Lisa du komm spät! Es ist fast vorbei, du hast es fast verpasst! Eine Stunde im Stau! Na, das hat doch ein bisschen Spaß gemacht, oder? So eine Stunde im Stau! Ist doch geil! Schon einiges verpasst! Ich muss mal die Schmerzen aufhören! Aua! Wo ist das Becken? Na warte! Hier! Oh, die Kamera ist ja auch im Arsch! Sekunde! Fix los am Start! Ich komm nicht rein! Ich komm nicht rein! Ging nicht so schnell, Lisa! Wie gesagt, du bist drei Stunden zu spät! Zweieinhalb! Ich hab schon 20 Wachsstreifen weg, Lisa! Aber vielen, vielen Dank! Du kommst gleich noch auf den Körper! Vielen, vielen Dank, Lisa! Oh, meine Füße tun so weh! Das heißt, auch ein Wachsstreifen! Oh ne, ich will nicht mehr! So, soll ich den Wachsstreifen hinmachen, Lisa? Wo soll ich wachsen? Hm. Okay, ich will nicht mehr so schnell auf. Wie geht's denn alles? Oh нет! Wo soll ich denn sein? Ja. Aber ich kann jetzt mal auf. Was ist das eben? Oh! 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 Ich habe an der Brust sogar schon dreimal einen Streifen gemacht. Beide Achsel habe ich schon gemacht, Bein Innenseite, mein rechtes Schienbein ist komplett Haarfrei, meine Unterarme sind Haarfrei, das bekommst du zurück Mark. Siehst du nicht die Streifen hier, siehst du nicht den Streifen hier und hier und hier. Achsel sind auch schon, Aua und Beine komplett. Hä? Ich werfe Feuerball immer nach hinten, auch wenn ich zwölfter bin. Die Freundin, weiß ich nicht, Mann hier bist du irgendein Chef. Unterbauch, ich habe da voll Angst, das tut bestimmt übel weh. Das tut hier bestimmt richtig weh. Let's rennen. Da willst du es sehen? Ich dachte, ein Nippel. Ja. 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 Lisa macht das zu sehr Spaß, das gefällt mir nicht. Wieso ist er mit Sternen schneller als ich mit Pilz, das ist falsch. Blitz, 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 blitz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also hier, ja? Also hier, ja? Scheiße, das wird so weh tun. Also hier, ja? Also hier, ja? Die Seite hat nicht funktioniert. Ja. Also hier, ja? Ey, der Arm tut auch hier unten übel weh. Ja? 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 Ja, ja? Ja, ja? Lisa kommt noch auf den Körper. Lisa, holst du hin? Da, wo ich gerade gedingst hab? Ja? 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 Ja. Ja? 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 Eine ganze Packung habe ich schon leer gemacht, Lisa. Darf ich da jetzt doll gepusten? Darfst du Lisa, darfst du. Wie rot du bist, findest du, ich finde da wo ich gedingst habe, ist es nicht rot, also klar ein bisschen, ach hier, ja stimmt hier ist übel rot. Alter, ja Bauch ist aber auch, Bauch ist krass, Bauch war krass. Also hier stechen lassen, das ist aber auch, das ist böse, hier ist böse, ich habe hier, das hier, dieses Stück hier, bis dir das weh getan hat, vor allem hier, wenn du hier hinkommst, hier. Vielen, vielen Dank Steven, vielen, vielen Dank. Also Brust werde ich auf jeden Fall rasieren, ich werde hier Beirasieren und Bauch rasieren, aber Beine würde ich jetzt nicht rasieren extra. Da kommt bei mir nichts hin, ich mache vielleicht noch was am Arm, das war's. Auf der Brust warte, bist du tätowiert? Ne, 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 mit Vollnarkose vielleicht, aber so nicht, ne. Ah. 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 Tief hätte sonst doof ausgesehen. Ich werde den Stream uncut auf YouTube hochladen. Ich werde den Stream uncut, wie viel haben wir jetzt? 2 Stunden 40, uncut hochladen. Boah. Ich komme gar nicht runter bei den Kniebeugen. Das ist... Ah. Ah. Ich habe ja nicht mitgezählt. Kann ich noch bis 3 Stunden machen? Ja, was soll ich denn noch machen? Ich habe alle Streifen durch und Karts bin durch. Kann auch nicht mehr, ich kriege auch Kopfschmerzen. Oh. 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 Wow. Für Fortnite. Guck mal, wie schön das aussehen kann hier. Schön wie der Greenscreen. Ruhige Lackaffe. Die Couponverlosung. Ja, machen wir jetzt. Ich räume hier mal gerade ein bisschen auf, Leute. Es tut mir leid. Hier ist alles voll mit Scheiße. Oh nein. Das sind ja 774 Punkte. Was geht ab, Werni? Was geht ab, Werni? Willkommen, Werni. Boah, es ist so eklig hier gerade. So. So. Was? Wie gesagt, da noch so einen kleinen Strich. Ach, danke. So, Auslosung. Hier habe ich die Belohnung, wer alles dabei ist. Nee. Egal, doch, kriechen. Kriechen. Können wir das mal so lange lassen? So, was ist denn los? Ja. Gut siehst du aus. Danke. Danke. Also, wer noch nicht hat, holt euch eine Luke Coupon. Es wird nochmal ein Spiel verlost. Spiel ist geheim. Auch ein Original verpacktes. Ich hatte erst überlegt, Instant Gaming, aber... Das sind ja 774 Punkte. Okay. Frage habe ich schon eins. Ich kann euch sagen, wer schon eins hat. Das sind ja 774 Punkte. Oder ob du schon eins hast. Du hast schon eins, Xerox. Werni ist da. Werni. Was geht's? Was geht's? Wenn du noch einen Prime hast, kommst du noch auf meinen Körper, Werni. Kann ich auch noch einkaufen. Ein Luke Coupon? Du hast das schon. Also, Leo, alleine... Also, du kriegst was geschenkt, wofür du nichts tun musst und dann fragst, für welche Konsole. Versteh nicht. Geschenken-Gaul schaut mal nicht ins Maul. Oder so. Freund hat die Ver... Was, Werni? Warum mitmachen wir mit der Konsole nicht hat? Ach so. Ja. Gibt mehrere Spiele zur Auswahl. Äh... So, wie viel haben wir? 19. Boah, jetzt muss ich die alle per Hand eingeben. 20. Das sind ja 774 Punkte. So, dann können wir jetzt mal hier die Norm eingeben. Das würde jetzt ein bisschen dauern, es tut mir leid. Wir haben Touren. Wir haben Xerox. Steven. Rui. Skobble. Jojo. Kirito. Alex. Money. Nobu. Beli. Wolfpack. Maltharm. Also, wenn das mal irgendwann richtig viele sind, dann können wir das nicht mehr so machen. Dann, äh... Müssen wir uns entweder Mod vorbereiten. Loquax. Verni. Lara. Strahli. Leo. So. Starten. Starten. So, die ist aus. Ich habe alle eingetragen. Hinter diesen Losen verbirgt sich ein... Euer Name. Ihr müsst mir jetzt sagen, welches ich nehmen soll. Story ist raus. Geil, Lisa. Danke. Blau, Rot, das Blaue in der Mitte. Lila und die 4. Lila. Also. Wenn Rui kommt, Assi. Wenn schon wieder Xerox kommt, Assi. Grün. Oben links Rot, Orange. Ich war jetzt eh scheißegal, was ich hier schreibe. Ich nehme eh das, was ich will. Hehe. Ich bin... Ich liebe Gelb. Orange. Orange. Xerox kriegt ein Bann, wenn er kommt. Ich habe Auge auf Gelb. Ich nehme Gelb. GG an Rui. Wie macht er das? Wie geht das bitte? Wie heißt das, ne? Der Wecker ist einfach. Lohnt sich, ja. Der Wecker ist es. Ui. Super Hacker. Ihr wisst doch. Glück im Spiel. Pech. Woanders. Das ist auch gut für mich. Da muss ich nur einmal Versand bezahlen. Zelda Ocarina of Time hat er ja auch schon gewonnen. Zeig ihm sein Barbie Traumhausspiel. Von den Spielen, die zur Verlosung standen, kann er sich eins aussuchen. Wenn er möchte. So. So, 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 so. Was machen wir denn jetzt? Ich habe gar nicht überlegt, was wir machen, wenn der Hot Tub vorbei ist. Jedenfalls beenden wir mal das Video. Leute, auf YouTube, lasst ein Follow da. Also, wer sich den Stream komplett jetzt angeguckt hat, lässt auf jeden Fall ein Like da. Hogwarts? Ich habe Hogwarts durch. Hau rein, Leute. Ich will, Leute. Ich bleibeilles. Alles klar. ück